ho 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 mein lieben hier ist der fuchs für euch und für ein neues video hallo und herzlich willkommen es ist soweit der erste advent ist da und ich wünsche allen meinen zuschauern mein abonnenten verloren einen schönen ersten advent mein lieben die erste kerze geht an und ja die weihnachtszeit beginnt endlich 24 tage sind es noch bis zu weihnachten ja wer von euch hat auch so coolen so coolen adventskalender ich stehe ja sortiere ich auf after eight und wie jedes jahr hole ich mit diesen wunderschönen big ben mit dieser tollen schokolade drin und ja ich würde mich natürlich freuen wenn ihr vielleicht unten in die kommentare rein schreibt was hat die denn für einen tollen adventskalender habt ihr überhaupt noch ein habt den selbstgemachten es gibt ja heutzutage so viele tolle adventskalender und ja wie verbringt ihr heute euren tag an eurem ersten advent geht ihr mit der familie weg geht ihr heute auf den weihnachtsmarkt was macht ihr heute das würde mich auf jeden fall überbrennt mal interessieren mein leben auf jeden fall wünsche ich euch einen wunderschönen ersten advent mein leben ich möchte mich auch schon mal hier erst mal ich glaube es werde ich diesen mord noch ganz oft tun recht herzlich bedanken für dieses wundervolle jahr mit euch dieses tolle jahr wie viele leute ich kennenlernen durfte mit wie vielen leuten ich zusammenspielen durfte wie viele abonnenten ich bekommen habe wie viele subscriber auf youtube ich bekommen habe und 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 leute ihr habt mir so viel spaß und freude bereitet ihr könnt euch gar nicht vorstellen auch wenn es manchmal vielleicht nicht so über kommt wie glücklich ich darüber bin dass ich wachse und dass es leute gibt die meine videos sehr sehr gerne schauen und das macht mich einfach glücklich und von daher vielen dank leute auf dieses schöne jahr ich wünsche euch eine schöne weihnachtszeit und mehr kann ich jetzt erst mal sagen schön erst dann wenn noch mal ein zündet das erste lichtlein an öffnet euer erstes türchen heute und denkt immer daran ich liebe euch alle ich wünsche euch einen schönen tag und ja bis zum nächsten mal ihr wisst bescheid wieder zusammenzocken genau der fuchs ist raus ist dann